Ja! Wir haben den Sieg! Wir haben den Sieg! Moin Freunde Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video und wie ihr das hier im Hintergrund sehen könnt, Leute, ich spiele Fortnite. Heute nicht alleine, sondern hier mit meinem Zelda King. Herzlich willkommen! Und dass ich das nochmal sagen darf, dass ich auf meinem Kanal nochmal ein Video zum Thema Fortnite hochlade. Das ist schon was sehr besonderes und ich habe das aus dem Grund gemacht, weil erstens... Alle überwachen das auch! Genau aus dem Grund mache ich das genau, Leute. Nein, ich wollte es einfach ausprobieren, wie sich das Spiel vielleicht entwickelt hat oder zurückentwickelt hat. Ja, ich gehe zum großen Gebäude und ja, Leute, wir testen das. Ich habe manche Seasons noch ein bisschen was mitgespielt, aber in den letzten Seasons habe ich glaube ich nicht mehr mitgespielt. Einmal in der Season 10 und halt so ganz aktiv noch da ganz am Anfang. Aber das ist jetzt auch schon ein bisschen was her und wir versuchen hier unser Glück. Viele Sachen kenne ich hier noch nicht, aber wir versuchen natürlich unser Bestes. Wir sind jetzt keine Pros, also erwartet bitte nicht so viel. Ich habe 3 Biggies. Neistens 3, okay. In einer Kiste Legendary Kiste bekommst du dann von. Möger. Draußen, draußen, draußen. Oh, das ist die richtige Tryhards. Oh mein Gott. Ich habe auf mich gezielt, ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe auf mich gezielt, ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe auf mich gezielt, ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe auf mich gezielt, ich habe das gar nicht gesehen. Nein, nein, nein. Noch einer da oben, aber du kannst mich wiederholen, du kannst dich wiederholen. Komm hier. Ich sage dir bescheuert, ja? Ja, oder finisher, finisher, sonst kann er sagen. Oben, 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 oben. Schade, nein. Ich hätte kein Schuhengewehr, man. Ich hätte kein Schuhengewehr. Ah, okay. Busfahrer Danken, wie geht das mit B, ne? Easy, ich wusste es nicht, ich wusste es noch. Gute Position und vielleicht paar Kills wäre lecker schmecker für Obstentdecker. Es kann auch sein, dass wir jetzt mega reinjoken. Obstentdecker. Obstentdecker, ja man. So, ich glaube, ja, ich doch, so ankommen tue ich. Ich auch. Aber, die Frage ist, wann? Du kommst nicht an. Doch, doch, ich komme. Okay, ich kenne das hier nicht. Lol, das sieht auf jeden Fall Baba aus. Aber sind das so komische Leute, die mich angreifen wollen? Hier sind keine komischen Leute, die sich angreifen sollen. Vielleicht sind das Obst auf Entdeckertour. Ja, das kann natürlich sein. Obstentdecker? Ah, die Obstentdecker. Oh, da sind solche, 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 da sind solche Dschungelcamp hier. Dschungelcamp. Coolt mich hier raus. Wir kennen diese Sendung nicht. Lief das auf RTL oder FL2? Irgendwie sowas. Nächstes Jahr wird das nicht stattfinden, nur in Köln. Oh, ich höre Schritte. Hier bei mir. Oh man, ich höre. Ich höre Schritte, aber ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo bei mir. Komm mal, komm bitte. Ah! Wo? Lol. Hä? Hab ihn. Lol, ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Kann ich ihm was mit dem machen? Genau. Warte, 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 warte. Ich mach das mal hier, das komische. Hörst du? Hörst du? Äh, ich guck mal. Ich seh hier grad keinen anderen Punkt. In der Nähe. Dann, ja, weiß ich nicht. Höten. Höten, töten, töten. Ja, ist doch cool. Ich hab den gar nicht kommen sehen. Ich wusste gar nicht, woher der kommt, Alter. Der war hier, der war nicht so so. Der hat das ist so. Der ist hier, guck mal, der war hier so. Der war hier noch so ein Geschwister gewöhnt. Ah si, alter. Er hätte mich auch so was von... Er hat ja richtig einen... Ja, der hätte mir Headshot gegeben. Und dann wär ich einfach tot. Oh. Oh shit. Was komischer Typ. Düde. Der war hier so versteckt. Dann ist der so. Der Gang hat dich gehört und wollte dich dann nehmen. Das ist schon sehr assi. Aber, naja. Aber da hab ich ihn hier genommen. Aber sein Teamit muss doch noch hier in der Nähe sein. Also... Nee, das ist dafür safe'n Mod. So. 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 Ich hab' ein Mini für dich sogar. Oh, gib mal nie. Mini, Mini. Mini, Mini. Zinni Minis. Oh, ja. Boah, Zinni Minis war ein geil. Aber jetzt mach ich den nicht mehr so. Oh, was mach ich hier? Oh, hier und so dann hier. Kennst du dich Zinni Minis? Leute, schreibt mal rein, wer noch Zinni Minis kennt. Das ist Cornflakes. Kennt man. Mit Zinns. Ach so. Diese Cornflakes. Ja, ja. Die sind in der Werbung waren. Ach so. Kann sein. Dafür sind in der Werbung waren. Darüber habe ich keine Information. Der aktive, der aktive... Oh, 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 oh. Da oben glaube ich Info. Da oben glaube ich. Warte ich nicht. Komm mal zu mir. Wir gehen mal hier von oben lang. Dann haben wir bessere. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ja, ich höre ihn. Ich sehe ihn. Der geht auf mich drauf. Wieso nicht? Warte, warte, warte. Ich sehe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn gleich. Ich habe ihn gleich. Ja, ich habe ihn. Oh, das war sein Teammate. Ich wusste, er hat noch ein Teammate. So ein fetter Butt, Alter. Wie willst. Na gut, der war auch ein bisschen lost. Aber ich war auch... Zum Schluss habe ich gar nichts mehr getroffen. Einfach. Ist auch sehr gut so. Also ich könnte auch eingreifen. Aber ich wollte sie nicht abschauen. Ehre. Hä? Hä? Bruder? Äh, Bruder? Äh, hallo? Äh, tut mir leid. Tut mir leid. Äh, aus Versehen. So, schnell weg hier. Ich bin doch ne Frau hier, Alter. Äh, was, was, was? Äh, Abfahrt hier. Oh man. Dann rein hier. Oh nein, das Auto kann es gar nicht fahren. Also nicht. Fahr mal das hier. Du 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 du. Let's go. Nein, er haltet. Das pink Auto ist ja mega kacke. Warte mal. Oh. Oh. Junge. Mann, jetzt können wir das nicht... Ah, was? Hilfe. Alter. Oh, jetzt ist das Auto kaputt, oder? Ne, ein bisschen. Komm, ich fahr trotzdem damit scheiß drauf. Hä? Oh, es ist kaputt. Oh nein, hier brennt alles. Hilfe. Das ist nicht kaputt. Ja, ich weiß nicht, das sieht kaputt aus. Ich fahr mit deinem einfach weiter, ne? Ich fahr mit deinem weiter. Brauch doch so lange zum Boot fahren, oder was? Hilfe. Oh, die Musik. Wie krieg ich die aus? Hilfe. Nein, nein, nein. Krieg die Musik nicht aus. Oh mein Gott. Auf R. Muss auf R machen. Muss auf R machen. Oh, Alter. Auf R. Ja, ich hab auf R gewollt. Da gehen wir jetzt mal hin. Da haben wir eine bessere... Nicht gleich alt, Alter. Die sind da. Die schwimmen da. Die schwimmen da. Wo, wo, wo? Da, okay, okay. Warte, warte, hier. Hier hinter dir. Alter. Oh Gott. Nicht bewegen, nicht bewegen. Ich hab sie halt nicht... Du bist so... Wo, 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 wo? Ach, da sind die. Oh, der kommt, der kommt, der kommt nach, der kommt nach. Nein! Nein, Alter! Ey, ich sag dir jetzt so... Alter, Alter. Ey, du wirst mit seinen Leifen genommen. Ja, ich weiß. Das werde ich auch nicht gewinnen. Weil schade, Digga. Ist ja... Ey, wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich jetzt nie noch... Leben würde, könnte ich die nach unten nehmen. Oh, Mann. Assi, Digga. Die sind so assi. Was sie da machen. Die versuchen mich. Weil die denken, ich will den Loop. Oh, schade. Schade. Würde sie so bekommen. Schade, Mann. An sich ist nicht schlecht. Ja, weil der andere fand ich von der Seite genommen. Ja. Ich würde sagen, wir machen auch mal eine letzte Runde hinterher. Ja, komm. Vom letzte Runde, komm. Ach, schade, Mann. Oh, das waren aber auch Tryhards. Die waren besser als wir. Ich würde mich bewegen, ich bewegen. Nicht bewegen. Ja, nichts. Wenn der hochkommt, schießen wir direkt los, ja? Wenn der hier auf der Seite ist, dann... Das ist auch nur ein Spiel, dann müssen wir direkt bam, bam, bam machen. Naja, der ist dann direkt. Der ist direkt dann vom Fenster. Wenn das jetzt ein Wort ist, dann lache ich. Das wäre lustig. Aber wenn der alleine spielt, dann gehe ich auf eine Nummer sicher. Okay, der kommt hoch, der kommt hoch. Ja. Höchst du die ganze Zeit? Die ganze Zeit irgendwie... Ja, endlich. Ich weiß, bitte baut er nicht ab, Alter. Das wäre jetzt noch. Ich glaube, das ist ein Bot. Okay, jetzt kommt noch ein Teammate. Jetzt kommen noch ein paar an, Leute. Ja, ja, ja. Oh Gott, viele Schritte. Drei Schritte, vier Schritte. Wir sind da mitten so im Fight drin. Nooo. Bleib einfach, ist egal. Lass sie töten. Ja, nehm einfach hier drin, Alter. Die werden sich... Alter, die bekriegen sich so mega Krieg. Und wir chillen jetzt hier, okay? Ein. Auf uns, auf uns. Der ist einfach auf uns, Alter. 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 Es ist einfach eine Person auf uns im Dach, Alter. Es ist einfach eine Person auf uns im Dach. Alter, guck mal. Oh nein. Als sie werden angeschossen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Zwei Leute sind tot. Ich glaube, hoffentlich ist das ein Team, was über uns ist. Oder vielleicht bekriegen die sich. Vielleicht ist einer von jedem tot. Ja, ja. Ich glaube, da wird jemand wiederbelebt. Ja, ja. Ich auch. Raus, 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 raus. Raus, einfach raus. Ja, ja. Hieß nur einer. Ist egal. Lauf, lauf, lauf zur Saun. Lauf zur Saun. Nein. Nein. Hier in der Saun. Hier in der Saun. Warte, komm hier rein. Nein. Der ist genockt. Der ist genockt. Der ist genockt, der eine. Der eine. Der wird jetzt von mir. Juggi. Ich bin echt tot. Komm Philipp. Komm. Matthias. Juggi, bist du? Nein. Schaffst du nicht? Weißt du was tut? Ja. Wir haben den Sieg. Wir haben den Sieg. Alter. Ja. Erstmal das Foto. 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 das ende das war aber mäßig alter das ende war jetzt echt heftig und ich wusste nicht dass die die letzten sind ich habe nicht damit gerechnet und ich musste nachladen und ich habe gedacht oh nein jetzt wird er mich safe bekommen so gut gespielt ja guck mal der hat die tür aufgemacht ich bin einfach zack 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 da rein kill aufgemacht und dann habe ich die gesehen ein bisschen hits gemacht und das bauen hat so viel geholfen hätte ich nicht gebaut die hätten uns gemacht und sowas von nachts gemacht egal gg leute und ich würde mal sagen das war es ja auch vom video es hat sogar relativ spaß gemacht wenn ihr weiter fortnet videos hier auf einem kanal in der zukunft erwarten dann ja lasst ein like da und ja wir schauen mal was wir in der zukunft noch hier alles vielleicht tun werden man weiß es nicht es hat auf jeden fall sehr spaß gemacht ich bin danke für mich dass du dabei warst und kuss geht raus habe noch einen schönen Tag haut rein und ciao